Stabil und auf guten Füßen stehend. Möbelberger. Seit 75 Jahren ein Familienunternehmen. In Oftringen finden Sie ein ausgewogenes Sortiment an Schweizer und europäischen Qualitätsmöbeln. Unsere Beratung persönlich und kompetent. Parkett, Laminat, Teppich, Kork oder Linoleum. Wir beraten Sie. In unserer Ausstellung oder bei Ihnen zu Hause. Serie, Maßanfertigungen und Reparaturen. Wir gehen auf alle Wünsche ein. Wir bilden Lehrlinge aus. Ihr kompetenter Partner für Einrichtungen, Böden, Polsterungen und ein exakt abgestimmtes Dienstleistungsangebot. Möbelberger in Oftringen. Direkt an der A1. Treten Sie ein.